Ja, hallo, hallo. Wie fühlt er sich? Ich habe es schon aufgegeben, daran zu glauben. Warst du schon? Ja, das ist alles, was ich sage. Okay, ja, mach doch, mach. Noch nicht zu Hause. Darüber, scheiße. Das stimmt halt auch vom Text her nicht. Was jetzt? Was wollen? Zu schweigen. Du hast noch was dazwischen. Ich weiß, Sie sind ein bisschen schnippiger gekommen. Um Verhaftung zu tun. Das macht einen Sinn gerade. In diesem Fall ist eine gewarte Beispiele. Ja, so ist es. Das interessante Beispiele. Wir hätten in diesem Fall... Wir hätten in diesem Fall... Meine Herren, mehr scheint die Polizei hat vor... Sehen Sie den General? Aktion! Es wird die Freiheit! 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 Ja, ja, ja.